Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Take It Light. Wir sind im Quarryloch und plündern es aus bis zum letzten Rest. Und dann buddeln wir jetzt einfach mal weiter, ne? Hier. Hier gibt es nämlich noch einiges rauszuholen. Und wir müssen ja irgendwie auch noch Zeit ein bisschen rumbringen, bis die Quarry wieder weiterverarbeitet vernünftig und ein bisschen Zeugs rausgeholt hat. Aus... uh, ein Loch. Die erste Höhle. Wunderbar. Gut, dann bringen wir uns hier mal sicher runter. So halbwegs sicher zumindest. Ja, da warten auch schon ein bisschen die Zombies auf uns. Egal, wir sind gewappnet. Nicht wahr? Natürlich sind wir auch ohne Fackeln. Ach, noch mit Fackeln. Ha, wunderbar. Wunderbar. Ich hätte vielleicht vorher meine Taschen entleeren sollen. Das wäre logisch gewesen, irgendwie. Okay, lassen wir das erstmal hier ruhen. Und machen erstmal im Loch weiter. Ich weiß da mal noch nicht. So, so, so. Es gibt natürlich auch noch ein elektrisches Schwert, das wir uns machen können, aber das werden wir recht spät machen, weil wir dafür einen Diamanten brauchen. Und die sind erstmal so wertvoll, als dass wir sie früher ein blödes Schwert ausgeben sollten. Es gibt noch so viel anderes zu craften, was alles auch ein Diamant kostet. Huh. Ich denke mal, die nächste größte Anschaffung ist, denke ich mal, nicht der Diamond Drill. Doch wohl, das muss ja mein Diamond Drill sein, weil wir brauchen ein bisschen Obsidian für den Laser. Wir müssen irgendwie mit dem Laser kommen, weil der Laser, der ist auch ziemlich geil. Sau gefährlich, aber geil. Ich sag nur, Erze, die das Doppelte und Vierfache bringen. Richtig, richtig cool. Ach, warum brauche ich mich denn nach oben, Idiot? Oh, meine Güte. Da ist gerade keiner gut. Dann kann ich mal hier in den Rand sneaken. Sneak, sneak. Oh, da kommt schon das nächste Zinn. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen auf Frömmen im Winter. Können wir auf Platz? Nein, wir sollten natürlich erstmal wegbringen gehen. Genau. Ach, da geht's hoch. Ja. Ordnung ist das halbe Leben. Wie war das? Ja, das war jetzt. Jetzt brauche ich nochmal eben den Gang von hier nach da oben. Alles viel zu umständlich hier. Zack. Das war doof. So ist besser. So, dann. Oh, guck mal, wie schnell das ging. Wow. Wow. Klasse. Das ist doch schon mal prima. Ich freue mich. Hier ist die Kiste gleich voll. Das ist nicht so cool. Dann müssen wir ein bisschen anbauen. So, die können wir schon mal hier reinschmeißen. Gut, dann können wir den jetzt mal anschmeißen. Das Ding ist klasse. Das Ding hat nämlich einen doppelt so hohen Output wie der normale Generator. Und hat schwer zu arbeiten. Ja, ja. Oh, dann packen wir die direkt mal hier rüber. Dann können wir die direkt auch verarbeiten. Äh, Leap. Und ich habe übrigens in der Singleplayer-Welt doch endlich eine Verwendung für Leap gefunden. Ja, und für Ferris Ohr auch. Ja. Ja, genau. Ähm, die werden sogar noch ziemlich wichtig sein für das Lagersystem. Für das High-End-Lagersystem, das wir später haben werden. Oh, einmal schlafen legen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, wer eventuell Project Media guckt, wird es kennen. Es ist dasselbe. Nur mit, ja doch, jetzt haben sie ja auch den Black Hole Chest drin stehen. Das ist schon ziemlich cool, dass man einfach alles reinwerfen kann. Das Einzige, was ein bisschen nachteilhaft ist, dass man ja eben immer ein Item in der Chest drin lassen muss, damit er weiß, was drin ist und was nicht. Das ist für einzelne Items ziemlich unpraktisch, aber man kann sie auch in der Input Chest quasi drin lassen. So, eben den Scheiß hier loswerden. Ach, wir können auch, glaube ich, direkt mal eine neue Kiste bauen oder zwei, damit wir ein bisschen Platz haben. Gut, ich brauche Copper dann dafür. Copper, Copper, Copper. Ich glaube, wir hatten oben eine Kiste noch. Copper, Copper, Copper. Hier. Ah, ein bisschen wenig. Und Silber. Gut, dann machen wir es so, dann... Na, ne? Hatte ich nicht total so viel Silber gehabt? Ach, ne. Gut, dann müssen wir ja einmal tauschen. Einmal Silber. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das gerne hätte. Hier können wir schon wieder ausschalten, weil der hat nämlich einen Speicher von 24 Eimern quasi, Lava. Ja, jetzt arbeitet er vielleicht nicht vor sich hin. Der selber hat nämlich gar keinen Speicher an Energie, so wie der normale Generator. Deswegen musst du ja immer alles direkt rausschmeißen an Energie. Gut, aber eine Kiste können wir schon machen. Ach nee, wir hatten ja kein Silber, ne? Ja. Der mit. Na komm. Huch, warum ist der Silber? Das ist jetzt schon wieder nicht so, wie er sein sollte. Ach, ist ja auch egal. Ich muss mich immer durch so viele Mods durchfühlen, was die Texturen angeht. Alter, Spiele. Da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren und mal einen Mod vergessen. Es ist echt viel. Oh mein Gott, es ist so unglaublich viel. Und dann sind manche Texturen auch noch doppelt, im Sinne von, dass zwei Mobs zum Beispiel ein Silber haben können und dann weiß man erst mal nicht, aus welchem jetzt das blöde Silber kommt und dann... Oh Gott. Ja, man hat's nicht leicht. So, gib mir mein Silber. Ein Silber, mein Silber. Ein Stück trinken. Dann können wir auch gleich, wenn wir jetzt endlich genug Energie haben, mal ein bisschen unsere Maschinen aufwerten. Jetzt haben wir ja erst mal genug Strom. Jetzt können wir aufwerten. Na komm. Ach ja. So viel Lava, es ist herrlich. Die Lava schrubbelt hier vor sich hin. Schrubbel, schrubbel. Da kommt Nummer 8. Jawohl. Prima, prima, prima. So. Ach ja, perfekt. Die können wir auch dann demnächst mal zu Goldchess aufwerten. Kann man nebenan noch spielen. Oh, ist das toll. Und dann haben wir noch mehr Platz. Zack. Und das kommt da rein. Der Rest kommt nach unten. Ja, ja, ja. Die müssen wir auch mal aufräumen. Die wird jetzt auch langsam eng. Ah, klar, das kann hier rein. Ja, ja. Hier hat die aber auch keine Saison mehr rumfliegen, oder? Nein. Ganz viel Copper. Aber kein Silber. Gut, wir wollten ja heute nach unten gehen. Das tun wir jetzt auch. Noch ein bisschen das Crawl-Block aufräumen. Vielleicht finden wir ja unten noch den anderen Diamanten. Das wäre sehr, sehr von Vorteil. So, hier ist einer. Ab in die Tiefe. Ja, knorre du ruhig rum. Ist mir ganz egal. So, weiter geht's. Runter, runter, runter. Oh, hier können wir schon wieder Schrittchen nach oben gehen. Dann holen wir uns das Silber da vorne. Und ein Lidohr. Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so. Und tschüss. Kaputt. Hab ich mir jetzt erschrocken. Meine Güte. Ach. Und noch mehr Silber. Schön. Du kommst mit. Ach, herrlich. Wunderbar. Da kommt der Nächste. Tschüss. Alles kalt runtergeschubst. Egal. Brauchen wir hier momentan auch nicht. Okay, mal gucken. Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Sneak, 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 sneak. Da ist noch was. Das lasse ich jetzt einfach da. Ich schieße jetzt einfach nach unten. Zum Redstone. Zum Laps, Laps, Lass, Lili. Und zum Diamanten. Ja. Da müssen einfach Diamanten sein. Ich brauche sie doch. Und ein bisschen blauer Saphir. Eignet sich übrigens auch wunderbar als Wanddeko im Rahmen. Für den extravaganten Wohnstil. Ein bisschen Luxus für jedermann. Immer weiter runter. Ja. In die Tiefe. Hopp, hopp, hopp. Oh, ein bisschen Licht wäre gut. Hier wird es einfach ziemlich dunkel. Ne? So. Bald sind wir unten. Ganz bald. Ach, es gibt doch nichts spannenderes, als sich in die Tiefe zu graben. Egal, muss gemacht werden. Wir brauchen für sich das Zeug dafür. Davon. Nicht dafür. Da ist Redstone. Oh, da ist noch ganz viel. Redstone ist super. Wir brauchen noch eine Menge Redstone. Für allen möglichen Scheiß. Uh, Redstone. Prima. Immer her damit. Hab ich Gold gesehen. Auch immer her damit. Und noch mehr Redstone. Mein Gott, hier ist ja eine richtige Redstone-Quelle. Das mag ich. Da knurren sie wieder rum. So, wir wollten runter, runter, runter. Bisschen Licht. Okay, gleich sind wir da. So, Bedrock. Zack. Auch gut ausgelutscht von der Quarry. Hier ist noch ein... Ähm, ein Ura. So, hier zwischen ist auch nichts mehr versteckt. Doch, das ist Silber, das uns runtergefallen ist. Das lassen wir es mal da. Dafür habe ich nämlich immer noch keine Verwendung gefunden fürs Nikolait. Finde ich sicherlich auch noch. Aber nicht jetzt. Oh, ich höre Lava. Wie schön. Jetzt ist der Witz dann aber erstmal wichtiger. So, her damit. Wie viel haben wir denn gekriegt? Oh, wow. Das ist geil. Das ist richtig schön. Schön, schön. So, jetzt holen wir noch einmal in der Puselat wieder raus. Ja, das Nikolait eben auch mit. Und dieses aufdringliche Nikolait, das immer überall dazwischen klemmt und, äh, ja, dann wegbauen müssen. Das ist alles Taktik, sage ich euch. Taktik vom Nikolait. Ja, weißt du, es braucht keinen Arsch, aber es wird immer mitgenommen werden. Ah, Kohle. Kohle ist ganz gut erstmal, glaube ich, für uns, weil... Wenn wir ja nicht so viele Diamanten finden, können wir sonst wenigstens machen. Eins der kann ja schon wieder oben liegen. Das heißt, es ist wieder ein Diamant. Okay. Für unsere Stromversorgung brauchen wir zum Glück erstmal keine Diamanten. Das ist auch so geregelt. Hm. Mist. So, egal. Ach, hier vorne war doch noch was drin, oder? Wo war das doch gleich? Ach, da oben erst. Gut, 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 gut. Es war ja dunkel draußen. Hey. Licht. Jetzt soll man ein bisschen aufpassen, dass uns jetzt hier kein Krieg mal runtersprengt, obwohl wäre das tödlich. Na, ich glaube noch nicht. Aber wir müssen es ja gar nicht erst riskieren. So, das nehmen wir noch mit. Und dann ist er schon wieder zu Ende hier. Hihi. Ja, dann blickt mal in die Tiefe. Und ich sag mal, nehmt euch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Dann. Da. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.